ARD Text im Auftrag von Funk Ich habe ein Opus getroffen. Ein bisschen gequatscht. Gut zufrieden. Die Amis freuen sich alle, dass was in Deutschland so läuft. Ja, das ist teuer. Das fängt dann bei vier an. Böse sein, da hat ein Beißkopf drauf, können wir uns einmal hinter die Scheune gegangen, danach können wir ihn abmachen. Aber gut. Was hat davon gemerkt, was ist das? Israel ist gekommen, wir machen sieben, acht. Aber die prüfen oder das ist ein wenig. Ja, die machen natürlich, das ist dann schon fast wie Krieg. Weißt du jetzt, wer das ist? 14.06 ist das doch, ne? Ich habe noch nicht weiter geguckt. 14.06? Ich kann es nicht erkennen. Ich kann es nicht erkennen. 25 Minuten im Rückstand. Eine Gruppe. Ich sollte 11.50 führen. Aber alles mit zwei Punkten bewertet? Nee, ein bisschen mehr, glaube ich, drei und sechs so ähnlich. Oh, scheiße. Die ist höher als 1,80. Die ist auch nicht im Schlag. Die hat dicke zwei Meter, glaube ich.